Vielen Dank, Freunde! Wir werden uns jetzt ganz kurz zum Duschen zurückziehen. Wer übrigens Lust hat, uns zu treffen auf ein kleines Gespräch oder für morgen früh noch eine Entschuldigung braucht für den Arbeitgeber, dass er später auch Arbeit kommt, das würden wir auch schriftlich erledigen. Hier drüben rechts neben der Bühne, dort drüben kommt jetzt gleich hin in ein, zwei Minütchen. Während hier natürlich auf der Bühne das Programm weitergeht und dann kommen wir später nochmal zu euch zurück, wenn ihr wollt! Okay, so machen wir das. Also holt euch mal ein lecker Bierchen, fangt eine Runde Karussell, hört weiter zu hier auf der Bühne, besucht uns mal hier drüben am Stand, dann kommen wir jetzt hin und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis gleich!